Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Er gilt zweifellos als einer der besten deutschen Eishockey-Spieler aller Zeiten. Wenn man bei einer Weltmeisterschaft zweimal ins All-Star-Team berufen wird, wenn man in der nordamerikanischen NHL zum besten Rookie gewählt wird, dann muss man außergewöhnliche Dinge auf dem Eis tun. Herzlich willkommen, Maurice Heider. Warum lachst du jetzt, Mo? Das war ganz schön viel auf einmal. Naja, wenn ich mir eine Liste durchgehe, was du alles schon an Auszeichnungen erhalten hast, dann kann man das doch behaupten. Oder ist das was falsch daran? Nee, war alles richtig. Aber daran denkt man eigentlich gar nicht, wenn man rausgeht und sein Lebensziel einfach erfüllen darf. Da hat man einfach Spaß und hat eine unheimlich coole Zeit mit den Jungs. Und deswegen war ich doch überrascht, dass es doch so viel gewesen sein soll. Du, ich kann auch noch weitermachen. Da gibt es ja noch viel mehr Auszeichnungen. Das passt. Wie du gewonnen hast. Jetzt ist Sommer. Du bist hier in Mannheim, wo du ja auch deine Karriere mehr oder weniger vergoldet hast. Normalerweise lebst du in Detroit. Wie ist es denn, wenn man wieder hier in der Heimat ist? Der ist einfach zu Hause geworden. Mama und Papa wohnen mittlerweile auch hier. Sind vor acht Jahren hergezogen. Und eigentlich so uns Ungewisse. Und jetzt freue ich mich jeden Sommer hier sein zu können, die Jungs zu sehen, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und sich dann so wieder auf die neue Saison vorzubereiten. Das ist ja schon ein bisschen komisch als Eishockey-Spieler. Du bist 19 oder neun Monate zusammen mit vielen Jungs, jeden Tag in der Kabine, hast viele Spiele. Darüber können wir gleich sprechen. Und dann zerstreut sich ja alles im Sommer. Jeder geht seines Weges. Ist das nicht ein bisschen komisch? Es ist immer ein bisschen komisch, aber es ist auch unheimlich schön, einfach mal abzuschalten. Vielleicht die Jungs jetzt auch nicht 24-7 sehen zu müssen. Tut auch mal ganz gut. Und ja, mit den Jungs, mit denen man Kontakt haben will, mit denen hat man Kontakt. Das ist immer so. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und mit den anderen Jungs, die freut man sich dann halt umso mehr, in der Saison dann wiederzusehen, in der Vorbereitung, vielleicht mal was essen zu gehen. Auch mal vielleicht einen Abend länger zu sitzen und sich wieder ein bisschen auszutauschen. Nee, aber ja, man unterhält sich, man telefoniert, man schreibt. Aber jetzt so groß ist dann die Begeisterung auch nicht, dass du jetzt unbedingt in den Flieger steigen musst und jetzt jemanden besuchen willst. Unbedingt. Das kommt ja bald. Mitte September geht es zurück. Dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. In Nordamerika wird ja viel später gestartet als in Deutschland. Aber sprechen wir ein bisschen über deine Jugendzeit. Du bist ja in der Mosel geboren und dann ging es nach Erfurt. In den Osten. Warum? Ja, der Papa hat dort, also meine beiden Eltern haben sich in Erfurt auch kennengelernt, sind dann jobtechnisch her nach Zell gezogen, in den Hunsrück und haben dort auch zehn Jahre gelebt. Und als ich dann auf die Welt gekommen bin, waren wir noch drei Jahre dort und sind dann auch wieder wegen dem Job wieder zurück nach Erfurt. Da lebt auch weiterhin Oma und Opa beider Seiten. Und da haben wir auch wieder zehn Jahre dann gelebt. Und dann kam so langsam, aber sicher immer ein bisschen mehr Interesse auch von Mannheim auf. Und dann hat man da mal als Gastspieler mitgespielt, hat die Jungs ein bisschen kennengelernt. Und ja, dann hat sich so eins zum anderen entwickelt. Wenn man so großartige, und ich darf das einfach sagen, großartige Eishockeyspieler sieht, wie zum Beispiel Jungen Dreiseitel, dessen Vater ja auch ein richtig guter Eishockeyspieler war. Wie war es denn bei dir? Dein Papa stand ja auch auf dem Eis. Keiner stand auf dem Eis. Keiner wusste, was mit Eishockey anzufangen. Und beide kannten eigentlich den Sport nur vom, ja, sich gegenseitig eigentlich eins auf die Rübe hauen, sich zanken, sich ranken, auch mal die Handschuhe fallen zu lassen und sich zu kloppen. Und dann war es natürlich relativ schwer, dafür erstmal Begeisterung zu Hause aufzubringen. Und dann hat die Mama gesagt, komm, wir gehen zum Schnuppertraining hin. War das dein Wunsch? Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche. Zum Schnuppertraining zu gehen? Ja, absolut. Also wir hatten die Chance, in den Wintermonaten im Kindergarten immer einmal die Woche aufs Eis zu gehen. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Und irgendwann hatte dann mal so ein Zettelchen vom Schnuppertraining, von der Eishockey-Mannschaft in seinem Spind. Und dann bin ich mit der Mutti dorthin und dort haben dann die Profis gewartet. Ich meine, es ist auch ein kleiner Verein, spielen dritte Liga, aber die Jungs haben sich die Zeit genommen, sind mit den Kiddies da eine halbe Stunde übers Eis gefetzt. Und ja, seitdem gibt es halt nichts, was mich so begeistern kann. Aber erklär mir mal oder erklär den Leuten, die die Sendung sehen, was ist das, was dich damals, du warst ja ein kleines Kerlchen, was hat dich damals fasziniert daran? Ja, alleine einfach schon, dass diese Zeit, die geopfert wurde von den Profis, die sich einfach eine Stunde am Tag Zeit genommen haben für kleine Kinder, die einfach wahrscheinlich mit den Jungs gar nichts anfangen konnten. Also ich kannte davon keinen. Und die haben einen so ein bisschen das Schlittschuhlaufen näher gebracht, haben mal einen Schläger in die Hand genommen, haben mit denen eine Scheibe gepasst. Und das sind so Momente, die habe ich immer noch im Kopf und die versucht man jetzt weiterzugeben, weil das unheimlich tolle Werte sind. Und ja, das ist halt einfach für mich der beste Teamsport der Welt. Du verbringst so viel Zeit miteinander, hast gute, hast aber vielleicht auch mal ein paar schlechte Zeiten und man wächst einfach zusammen. Man ist eine richtig enge Familie und man kann sich immer auf den anderen verlassen. Und ich glaube, das hat man ganz, ganz selten. Du warst als Zwölfjähriger schon in der U16-Nationalmannschaft, als Zwölfjähriger. Das heißt, diese Kerle waren deutlich älter und deutlich größer als du. Wann hat man dein Talent erkannt oder wer hat es erkannt? Das ist eine gute Frage. Ich habe es nie gesehen. Ich dachte eigentlich immer, ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll als alle anderen. Ich fand, die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, viel, viel besser. Ich dachte so, boah, der hat richtig Talent, aus dem muss mal was werden. Und ich weiß nicht, irgendwie hat jeder immer in mir irgendwas gesehen. Und ich hatte einfach nur Spaß an der Sache. Als es dann hierher nach Mannheim ging, hat man dann schon ein bisschen realisiert, okay, da könnte auch was vielleicht längerfristig draus werden. Aber trotzdem abzusehen, dass man jetzt eine Profikarriere startet, war jetzt auch, da waren wir noch weit entfernt davon. Ja, der Wechsel nach Mannheim erfolgte im Sommer 2015. Sind da die Eltern gleich mit oder warst du alleine und bist im Internat gewesen? Ja, ein Glück sind die Eltern sofort mit, weil ich war ein absoluter Heimscheißer. Das Internat und Gastfamilien waren keine Optionen zu dem Zeitpunkt. Ja, und wir sind damals aus, ich weiß gar nicht, irgendwo aus Tschechien. Ich glaube, es müsste Carlo Vivari von einem Turnier nach Hause gefahren mit Mannheim. Und meine Eltern haben mich dann so gefragt, ja, was stellst du dir denn jetzt vor? Was geht in deinem Kopf vor? Was passiert da? Und ich so, ja, eigentlich wäre es echt schön, wenn alles so, wie es jetzt ist, halt nur in Mannheim. So, und dann, weiß ich nicht, haben sich meine Eltern auch länger wahrscheinlich da nochmal unterhalten, haben die Wohnung gekündigt, haben ihre Jobs aufgegeben. Und dann haben sie sich auf Stellen beworben und wussten auch nicht, wohin es gehen sollte so wirklich. Und dann haben wir eine tolle Wohnung in Firnheim gefunden. Und dann hieß es auf einmal zur neuen Saison, okay, ich werde Teil der U16 in Mannheim und gehe in Mannheim auf die Schule. Und auf einmal hat sich alles, sage ich mal, um 360 Grad gedreht. Du wüsstest ja deinen Eltern, weil das machen ja nicht alle Eltern, es sind ja viele, die hierher kommen, in diese Ausbildungsstelle Mannheim, die ja die beste in Deutschland ist, was den Nachwuchsbereich angeht. Und die Eltern sagen, geh mal schon ins Internat oder geh zu den Eltern. Du musst ja eigentlich jeden Tag dankbar sein, oder? Ja, und es ist sehr, sehr schwer, das irgendwie zurückgeben zu können, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne es von keinem, mit dem man sich so unterhalten hat, der vielleicht eine ähnliche Geschichte hat. Ja, und in dem Moment realisiert man das ja gar nicht so. Also als ich 14, 15 war, war das halt irgendwie selbstverständlich. So, wir haben jetzt eine coole Zeit in Mannheim und dann schauen wir mal, was wird. Und jetzt hat man schon realisiert, was eigentlich auch dahinter steckt und wie viel aufgegeben werden musste und auch allgemein, wie viel in diesen Sport und wie viel Zeit da rein investiert wurde. Und jetzt versucht man einfach nur vielleicht öfter mal einfach mit Zeit und mit tollen Gesprächen so wieder was zurückzugeben, weil ich glaube, das ist das, was eigentlich die Eltern nur wollen und das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt jetzt in den Sommermonaten, einfach glücklich zu sein, die Familie zu sehen und einfach eine tolle Familie zu haben. Aber ist das nicht so, dass man mit der Karriere, die du jetzt gemacht hast, die ja eigentlich noch am Anfang steht, wenn man ganz ehrlich ist, in deinem zarten Alter von 22 Jahren, ist das nicht das, was du zurückgibst zu deinen Eltern, nämlich genau diese Karriere hingelegt zu haben? Ja, aber ich glaube, jeder, der tolle Eltern hat, ich glaube, da wäre es den Eltern völlig egal, was der Sohn macht. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt nach der Jungadler-Karriere sagt, okay, ich fange jetzt ein Studium an. Ich glaube, die wären genauso stolz, meine Eltern. Aber natürlich, für die ist das jetzt auch immer das große Highlight, dann einmal im Jahr rüber zu fliegen, den Sohnemann zu besuchen, drei, vier Spiele zu schauen und auch mal jetzt so vielleicht das amerikanische Leben mit so ein bisschen einzugliedern in den Jahresablauf und das ist mega cool und da freue ich mich jedes Mal. Aber ich glaube trotzdem, dass meine Eltern genauso stolz wären, wenn ich, weiß ich jetzt nicht, ein Studium gemacht hätte und jetzt irgendwo in der Arbeitswelt tätig wäre. Weil ich es gerade angesprochen habe, es sind ja fast alle Großen, und wir können sie aufzählen, wie wir wollen, die ja alle bei der Jungadler-Schule mehr oder weniger durchgegangen sind, mit dem großen Vorbild Dreiseitel natürlich, einer der größten überhaupt in der nordamerikanischen Liga. Was macht denn dieses Projekt Jungadler, nachdem du ja in der 16-Jugendmannschaft gespielt hast oder Schülermannschaft, was macht das so besonders? Ich glaube, weil du halt relativ früh schon gelehrt bekommst, was es heißt, professionell zu sein. Du kriegst schon relativ viel auch, sage ich mal, hinterhergeworfen und lernst dadurch aber auch dankbar sein zu können, weil es halt nicht selbstverständlich ist, dass man jedes Jahr neue Trikots bekommt, dass man Schläger hat, Schlittschuhe hat und sowas. Und du hast halt einfach diese Förderung, die es wahrscheinlich nirgendwo anders so gibt. Wir standen manchmal zweimal am Tag auf dem Eis, wir haben Krafttraining schon relativ früh gehabt, wir hatten schon Sessions mit irgendwelchen Mentalcoaches und haben uns vielleicht auch mit irgendwelchen Ernährungsberatern zusammengesetzt. Und ich glaube, das macht das Ganze schon einzigartig hier in Deutschland. Und man sieht es ja immer wieder, ich meine, die Jungadler werden Meister und Meister und Meister und es ist kein Ende in Sicht. Und das Coole ist halt, glaube ich, auch, es ist halt irgendwo immer noch eine große Adlerfamilie. Wenn man sich über den Weg läuft, dann grüßt man, dann gibt man dem anderen die Hand. Dann will man auch von jüngeren Spielern wissen, wie es denen bislang gefällt. Und ich glaube, das zeichnet uns auch irgendwie so ein bisschen aus, dass wir trotz vieler Jahre dazwischen immer noch irgendwie so eine Verbundenheit haben. Du wirst dann auch mit den Jungadlern, weil du es gerade sagst, natürlich muss man fast schon sagen, deutscher Meister geworden, das war der erste große Titel, du wurdest zum Rookie des Jahres gewählt auf ein Jahr vorher. Wie ist das denn, wenn man so mit jungen Jahren Meister wird? Ich meine, ich kenne die Bilder, ich habe es ja x-mal gesehen, persönlich vor Ort. Ja, Wahnsinn. Ja, unbeschreiblich, weil man, ja, ich weiß gar nicht, viel Wissen tue ich nicht mehr von den Nächten. Aber nee, es war einfach unheimlich cool, weil man lernt halt einfach Familien dazu kennen. Man lernt teilweise auch die Kinder dazu kennen von den Spielern. Und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Mit vielen hat man immer noch jetzt Kontakt. Und ja, sowas kann einem halt keiner mehr nehmen. Und freue ich mich immer wieder, wenn ich bei meinen Eltern durch die Wohnungstür reinkomme und das Trikot hängt da mit der Eintrittskarte und die Medaille ist noch dabei und so. Und das sind schon immer noch besondere Momente, die da in einem hochkommen. Aber es ist ja nicht ganz einfach. Du warst ja auch auf der IGMH, wo die meisten Eishockeyspieler sind. Wenn man die Ahnentafel entlangläuft, die es ja gibt in der IGMH, dann hängen da ja Namen. Wenn ich es jetzt mal in Salär umrechne, da sind das hunderte Millionen von Dollar, die da hängen an der Wand, überspitzt formuliert. Aber es ist ja nicht ganz einfach. Du machst die Schule, trainiert morgens, dann geht er in die Schule, dann macht er mittags wieder Training, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Nachführunterricht und dann gibt es vielleicht abends noch Krafttraining. Warum macht man sowas als junger Mensch, statt in die Disco zu gehen? Ich weiß es auch nicht. Weißt nicht? Ich würde nie sagen, dass ich irgendwas verpasst habe. Aber natürlich hat man irgendwie eine andere Kindheit und Jugend erlebt, wie vielleicht der ein oder andere. Vielleicht auch glücklicherweise. Ich glaube, Sport ist auch da ein ganz großer Faktor, warum vielleicht einige Jungs von der Straße runtergeholt werden. Nichtsdestotrotz war es für mich einfach der Wille, einfach immer irgendwo der Beste sein zu wollen. Und wenn jemand im Training, keine Ahnung, zehn Kilo mehr gehoben hat, dann war das der Ansprung, die Woche drauf, 12,5 Kilo mehr zu heben und somit dann irgendwie da immer besser werden zu wollen. Für mich war das gar keine Qual und es war eher selbstverständlich. Es war okay, um 8 Uhr ist Eistraining, dann ist man um 7 Uhr in der Halle und steht halt um 6.15 Uhr auf. Das war halt völlig normal. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hätte ich die Zeiten gern auch mal wieder. Weil jetzt ist es natürlich deutlich schwerer, so früh morgens aus dem Berg zu kommen. Wie warst du denn als Schüler? Damals ein absoluter Streber. Ich weiß jetzt nicht, ob man darauf stolz sein sollte. Auch im jüngeren Alter war halt schon der Rucksack immer am Abend vorher gepackt und alles war sortiert. Und wenn irgendwas nicht geplanbar war, dann bin ich da quasi schon ein bisschen im Amok, im Dreieck gesprungen, in Amok gelaufen, weil das konnte ich ja dann nicht kontrollieren und hatte es nicht mehr in eigener Hand. Das hat dann auch relativ schnell dann irgendwann nachgelassen, so im Jugendalter. Aber trotzdem würde ich mich als sehr ordentlicher Schüler bezeichnen. Aber Mo, ist das nicht eine Voraussetzung? Alles, was du jetzt schilderst, diese Freude am Sport, diese Disziplin, die man haben muss, diese Begeisterung dafür, sich zu quälen, immer bessere Leistungen bringen zu wollen, ist das nicht die unbedingte Voraussetzung, um überhaupt eine große sportliche Karriere hinzulegen? Absolut. Ich glaube, wer im Sport oder auch im alltäglichen Leben Erfolg haben will, der muss halt einfach mehr leisten als die anderen und der darf das aber auch nicht in Frage stellen. Und das mache ich immer noch jeden Tag mit großer, großer Freude. Ich liebe es absolut, übers Limit zu gehen, mich zu quälen. In der Hoffnung und auch mit dem Wissen, dass mit dem, den ich in vier Monaten oder in drei Monaten auf dem Eis stehe, der hat das genau gleich gemacht. Und wenn das alle 20 Jungs machen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Ziel, das wir erfüllen können. Und mit dem Mindset gehe ich irgendwie so an die tägliche Arbeit. Und ich glaube, wenn man das auch im alltäglichen Beruf macht, dann glaube ich, kann man auch nur durchstarten. Und das, glaube ich, kann man einfach nur vielen mit auf den Weg geben. Ja, du wurdest dann mit 17, hast du dein Debüt gefeiert in der deutschen Eishockey-Liga mit den Mannheimer Adlern. Und du hast dann alsbald ja auch wieder diese Meisterschaft gewonnen in einem, wie ich finde, nie mehr zu vergissenden Finale mit einem Tor in der Verlängerung. Kannst du deine Gefühle schildern, was da in dir los war, als dieses Tor fiel? Oder ist es weg? Erstmal war es eine absolut coole Reise, dieses erste DEL-Jahr. Auch wenn ich dann im Finale im dritten Drittel nicht mehr gespielt habe, das hat halt irgendwie dazu geführt, keine Ahnung, war man umso aufgeregter, als dann auf einmal der Pavel gesagt hat, okay, Murz, in der Overtime spielst du jetzt wieder. Aber da ist mir schon ordentlich der Kackstift gegangen, das kann ich schon sagen. Weil da, wenn du, ich weiß nicht, 20 Minuten auf der Bank sitzt, dann hast du da solche Oschis dran und da geht nicht mehr viel. Und dann war das irgendwie, ich glaube, wenn man bei uns in der Kabine war, dann war da gar kein Zweifel daran, dass wir das Spiel heute verlieren werden. Jedem war klar, okay, wir werden jetzt zu Hause Meister, wir gewinnen jetzt die Meisterschaft und haben eine unheimlich geile Zeit. Und ich glaube, das hat man dann auch irgendwann auf dem Eis gesehen. Ich glaube, wir haben dann schon München relativ gut dominiert. Und ja, dann das Tor war verrückt. Also ich weiß gar nicht, was man dann alles gemacht hat. Ich glaube, man ist einfach nur ein bisschen so im Dreieck gesprungen. Man ist hoch und runter gerannt. Die Bande hat versucht, jeden zu umarmen, wie das irgendwie geht. Und ja, dann war natürlich Chaos pur. Der große, große Steve Iserman saß neben mir bei diesem Spiel. Einer der Besten, die dieses Spiel je gespielt haben. Eurer Manager jetzt in Detroit. Und wir haben uns die ganze Zeit über dich schon erhalten. Er hat mich die ganze Zeit gefragt und hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob er schon mit dir gesprochen hatte vorher, aber er hat nur gefragt, was ist das für ein junger? Er hat gesagt, du, der ist jetzt gerade ein junger Kerl, aber sprech mal lange mit ihm, der ist sehr weit. Der ist schon sehr mature, wie man auf Englisch sagen würde. Wie habt ihr denn den ersten Kontakt hergestellt? War das immer dein Manager oder war das direkt mit dir? Ich wusste am Anfang gar nicht, dass er bei so vielen Spielen dann tatsächlich da war. Auch schon damals noch unter der Führung in Tampa war er auch schon da und hat sich Spiele angeschaut. Ja, es war irgendwie ein richtig cooles Gefühl, dann im Nachhinein zu wissen, okay, da ist jetzt einer, weiß ich nicht, der besten Spieler, die jemals gespielt haben, hierher geflogen und wollte mich anschauen und wollte mich kennenlernen. Und dann, den ersten Kontakt hatten wir dann bei der Scouting Combine in Buffalo. Da treffen sich dann alle Spieler vorm Draft, das ist dann so ein Monat vorher, und haben Meetings mit allen Vereinen, haben Tests und sowas. Und da hat es sich auch mega viel Zeit genommen. Wir hatten fast eine Stunde im Meeting. Normalerweise muss man auch dazu sagen, sind die für eine halbe Stunde bestimmt. Und wir haben einfach mal eine Stunde gemacht. Ich muss mich dann überall erstmal entschuldigen, weil man irgendwo zu spät gekommen ist. Aber es hat sich natürlich super gelohnt. Ich wollte alles wissen über die Familie, über selbst die Freunde und wie es zu Hause abläuft. Und das, ja, sowas vergisst man einfach nicht, wenn man mit so einem Menschen Kontakt hat. Und jetzt hat man immer noch Kontakt und auf einem ganz anderen Level. Und jetzt ist er quasi einfach dein Vorgesetzter und gibt dir Tipps und begleitet dich sozusagen auf deiner Reise. Das ist schon mega cool. Du hast es angesprochen, NHL Draft, das Draft-System. Das werden vielleicht nicht alle verstehen in Deutschland, weil es hier so etwas nicht gibt. Schlechtes, der Verein bekommt den besten Nachwuchsspieler oder zumindest kann er aussuchen. Und du wurdest an sechster Stelle, sechster Stelle, also als Sechsbester sozusagen eingeordnet und dann damals von Detroit getraftet. Was war das denn Gefühl? Ich kann es nur schildern, ich war 1995 mit Jochen Hescht in Edmonton. Da waren 10.000 Leute in der Halle. Da passiert ja nicht viel. Da heißt es dann nur, Detroit zieht jetzt Moritz Seider. Aber für den Spieler ist das ja ein, was für ein Moment. Wie soll man das schildern? Tja, es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Weil da so viel, weiß nicht, durch den Kopf rast, rauscht, was auch immer. Und wir uns davor nie über irgendwelche Rankings oder irgendwelche Rangfolgen unterhalten haben. Und deswegen war da irgendwo immer so die Zahl so zwischen, weiß ich nicht, 15 bis 25 irgendwie. Und klar hatte man immer gute Meetings mit Detroit, aber man wusste halt, okay, die ziehen an Stelle Sechs. Da kann man eigentlich relativ einfach einen Haken dran machen. Und dann ist es mega cool gewesen, dann läuft der Steve auf die Bühne und die Mama wusste nicht, wer der Steve Iserman ist. Und dann hat sie gefragt und ich so, ja, der, der jetzt gerade auf die Bühne als erstes davor geht, ja, jetzt mach dich schon mal bereit, weil dann wirst du ja jetzt eh aufgerufen. Da habe ich gesagt, Mama, du musst dich halt echt beruhigen, weil ich bin aufgeregt. Wenn du jetzt noch aufgeregter bist, dann wird das hier nicht lustig für beide von uns. Und wie wir das gesagt haben, auf einmal steht der schon da und sagt meinen Namen und wir gucken uns alle an und wussten gar nicht, was los war. Und dann weiß ich nur noch, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt hier die Treppe runterfalle, dann darf mir nichts Peinliches passieren. Dann darfst du einfach nicht die Treppe runterfallen, geh da einfach hoch, schüttel jedem die Hand und dann kriegst du irgendwie wieder die Chance, da wieder runter zu gehen. Und das war schon brutal. Aber was da auch für ein Oha durch die Arena gegangen ist, das war schon unbeschreiblich. Ja, es hieß ja am Anfang, dass man das gar nicht verstehen konnte, dass Iserman diese Entscheidung getroffen hat, dass man diesen deutschen jungen Spieler, den keiner kannte in Amerika, außer den Super-Experten wie Iserman. Hast du das gewusst? Weil ich habe damals die Zeilen gelesen von amerikanischen Zeitungen auch, die völlig überrascht waren. Nee, ich muss sagen, bis heute lese ich eigentlich sowas überhaupt nicht. Auch was im Internet geschrieben wird, ist mir eigentlich relativ egal. Aber Mama und Papa sind da relativ gut drin, mich immer abzudaten und ja, ich weiß gar nicht, dann entwickelt man irgendwie so einen Extra-Willen, es genau den Menschen zu zeigen, die dich schon abgeschrieben hatten und die das als Fehler dargestellt haben. Und das ist dann schon eine absolute Genugtuung für einen, also für mich auf jeden Fall, den Leuten es dann zu beweisen und ja, zum Besseren belehrt zu werden, finde ich richtig schön. Ja, der Anfang war ja nicht so tolle. Da kam Corona zum einen und dann wurdest du nach Schweden verlieren, verlieren muss man sagen, um Spielpraxis zu sammeln. Wurde ja auch gleich wieder ausgezeichnet, wurdest du als bester Verteidiger der Liga, als junger Kerl. Wie ist das denn, wenn es dann plötzlich heißt, und ich kenne die Methoden der NHL, du hörst ja als Spieler gar nichts groß dagegen machen. Die sagen, du gehst da hin und morgen bist du da und spielst übermorgen gegen dein altes Team, aber du musstest nach Schweden. War das auch dein Wunsch oder war das einfach, du befolgst halt, was die sagen? Ne, also der Wunsch kam von mir tatsächlich und wir haben dann in einigen, ja, relativ schnellen Gesprächen dann auch rausgehört, dass es auch im beidseitigen Interesse ist, weil der eigentliche Plan war, sich hier in Mannheim fit zu halten, bis dann die Camps losgehen im Dezember und dann hieß es, die deutsche Liga wird nach hinten geschoben, die amerikanische Liga wird nach hinten geschoben und die schwedische hat gespielt und dann durch Zufall irgendwie gab es halt noch eine Stelle in Engelholm bei Rögle und dann haben wir uns unterhalten, haben mit Steve gesprochen, haben mit den Verantwortlichen dort gesprochen und alle waren mega happy und sahen das als große Chance. Ja, und dann drei Tage später habe ich mein erstes Spiel gespielt in der schwedischen Eishockey-Liga und ja, hätte ich genauso wieder jetzt gemacht, wenn ich wahrscheinlich nochmal den Weg so durchlaufen müsste. Jetzt bist du, ich darf das nur wiederholen, du wirkst ja nicht wie ein 22 Jahre alter junger Mann, jetzt bist du ja schon dann doch zwei oder drei Jahre mittlerweile dann im Ausland, war das schwer am Anfang wegzukommen von hier in ein neues Land, sich einzuleben, eine neue Mannschaft, eine ganz andere Liga, die ja deutlich stärker ist als die in Deutschland. Ja klar, also das ist schön, dass du das so sagst, aber ich glaube es gibt genug Leute, die sagen, ja der ist auf jeden Fall noch 22 oder vielleicht noch ein bisschen jünger im Kopf, ich glaube das darf man nie verlieren, man glaube ich sollte immer Kind bleiben irgendwo im Kopf und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das lebe ich ganz gut aus. Ne und klar, also ich war völlig überfordert manchmal, hab vergessen einzukaufen, dann kommt man vom Auswärtsspiel nach Hause und es ist Sonntag, alles hat zu und du sitzt halt zu Hause und hast einen leeren Kühlschrank, dann schaust du auch ein bisschen blöd aus der Wäsche oder apropos Wäsche, dann wäschst du halt mal rot und weiß zusammen und hast halt auf einmal pinke Socken und so, das ist halt alles schon passiert. Woher sollte man es auch anders kennen, wenn man ein bisschen so zu Hause der Prinz war und alles wurde gemacht und alles wurde einem hinterhergetragen und jetzt funktioniert es auch, jetzt glaube ich habe ich da ein ganz gutes System gefunden. Ja, es gehört einfach dazu, ab und an muss man halt einfach ins kalte Wasser geworfen werden, damit man dann noch selber anfängt, seine Sachen in den Griff zu bekommen und ja mittlerweile bin ich auch echt happy, dass man irgendwo alleine lebt, kann man auch sagen. Hat dir denn jemand geholfen am Anfang? Hattest du Assistenz? Ne, also was heißt Assistenz? Ich meine, das was ganz cool war, in meinem ersten Jahr in der AHL habe ich auch mit einem jüngeren Spieler zusammengewohnt, hatten so eine kleine Mini-WG sozusagen und ja, für uns war es beide das erste Mal, das heißt wir hatten relativ viel Spaß, das waren relativ leichtsinnig und unbeschwert und dann in Schweden habe ich auch das erste Mal so richtig alleine, alleine gewohnt und das war aber auch mega cool, hatte zwei Jungs, die mit im Haus gewohnt haben, die auch ein bisschen älter waren, die mich jetzt nicht an die Hand genommen haben, aber auf jeden Fall auch schon mal ein Auge drauf geworfen haben und ja, jetzt mittlerweile glaube ich, fahre ich eine ganz gute Schiene. Mo, man verdient natürlich in der nordamerikanischen NHL deutlich mehr Geld, als man in Deutschland verdienen kann, viel mehr Geld, je nach Vertrag, aber deutlich mehr. Ist das interessant für dich als Profi? Natürlich ist es wichtig, was du verdienst, aber ist das ein Motivationsgrund, noch mehr zu tun oder achtet man als Spieler gar nicht darauf, was da jetzt im Vertrag steht, ob da 2,5 oder 1,5 steht? Das ist immer eine gute Frage. Für mich persönlich kann ja jeder anders sehen, aber ich glaube, unsere Karrieren sind so kurz, auf so einer kurzen Laufbahn, dass sich, glaube ich, schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt, weiß ich nicht, sieben Millionen oder achteinhalb verdiene auf acht Jahre gesehen pro Jahr und ich finde, jeder, der den Vertrag so hoch wie möglich unterschreibt und sei es, manche sagen überbezahlt, manche sagen vielleicht auch unterbezahlt, das hat sich jeder verdient und davon bin ich überzeugt und deswegen, also natürlich will man auch persönlich gesehen den bestmöglichen Vertrag unterschreiben mit dem Hintergrundwissen, aber natürlich auch, dass man eine funktionierende Mannschaft haben will. Ist ja jetzt nicht so wie im Fußball, dass halt jeder so viel verdienen kann, sondern bei uns gibt es halt eine Gehaltsobergrenze und wenn die halt erreicht ist, dann ist Schluss und dann musst du halt schauen, dass du trotzdem 18 Leute auf dem Feld stehen hast, plus zwei Torhäuter, die irgendwo um die Meisterschaft mitspielen können und dann heißt es natürlich einfach, ein gutes Mittelding zu finden, vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Euro nicht zu schauen, den vielleicht wegzulassen und dafür kommt vielleicht jemand anderes noch rein und der macht dein Team natürlich besser und deshalb ist das ein sehr schmaler Grat, denke ich. Ich glaube, es gibt aber auch kein richtig und falsch, weil jeder muss natürlich auch erstmal schauen, dass er seine Brötchen backt und sich auch für die Karriere danach gut aufstellt. Trotzdem verfolgen natürlich alle dann in dem Moment ein ganz großes Ziel und das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Menschen aus der Kurpfalz heißt diese Serie. Vergleichen wir mal Detroit mit Mannheim. Mannheim hast ja jetzt nun dann doch relativ lange gelebt. Erklär mir mal die Unterschiede. Unterschiede, ich glaube, in Detroit ist alles sehr, sehr schnelllebig. Auch nicht so persönlich. Vielleicht oftmals einen Tick freundlicher vorne weghält, aber dann muss man halt auch ganz klar sagen, wenn das Hey, how are you und dann willst du antworten, dann sind die meisten schon aus der Tür raus und ich glaube, das haben wir hier in der Region nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann glaube ich, kann man sich auf ganz, ganz viele Menschen hier verlassen und die stärken einen im Rücken und geben Acht aufeinander. Trotzdem, glaube ich, gibt es aber auch viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, es sind sehr ehrliche Städte, die beide durch ihre Arbeit bekannt geworden sind und ich fühle mich in beiden sehr, sehr wohl. Trotzdem ist natürlich auch jetzt Mannheim und somit auch hier die Region eine neue Heimat geworden. Der Vertrag läuft ja irgendwann aus. Detroit hat ja jetzt die letzten Jahre sportlich wenig Erfolg gehabt. Ist das die Zukunft für immer oder weiß das noch gar nicht? Doch, also wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich gerne die komplette Karriere in Detroit spielen. Meiner Meinung nach gibt es keinen Verein, der so viel Geschichte und so viele Erfolge schon gesehen hat oder gefeiert hat, so viele Legenden gesehen hat und mit denen wird man tagtäglich konfrontiert. Alleine nur, wenn man in die Garage fährt und dann an so einer Hall of Fame Wand vorbeiläuft und die hört einfach nicht mehr auf, weil es so viele unglaubliche Spieler gab, dann gibt es für mich ja kein schöneres Trikot, was man anziehen könnte als Rot und Weiß. Dann wünsche ich dir, dass du es noch viele, viele Jahre trägst und darf mich herzlich bedanken, dass du bei uns zu Besuch warst. Alles Gute. Danke, war sehr, sehr schön. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal. Facebook-Skirche Ring�